So, liebe Leute, wir sind wieder bei... was für ein Blick... Ähm, ja, wir sind bei 1860 in der Karriere. It goes further. Oh, wow, gutes Training. Ich habe den Plan, Cafaro jetzt eine Vertragsverlängerung anzubieten, weil wir ja finanziell gar nicht mal so schlecht dastehen gerade. Und diese Freigabesumme einfach total, total bescheuert ist. Und solange der jetzt... also, er wird sich ja immer weiter verbessern, das ist ja Fakt. Er ist ja, glaube ich... also, da ist schon noch Luft nach oben auf jeden Fall. Ähm, von daher gesehen, jetzt lieber verlängern, bevor er im Sommer noch teurer ist, weil er dann schon 73 hat oder sonst was. Versuchen wir den einfach jetzt langfristig zu binden. Ja, ja. Ja, natürlich hast du eine Schlüsselrolle. Hast du nicht eigentlich 71 gesamt? Ja, ist doch in Ordnung. Ähm, gerne ein 5-Jahres-Vertrag. 3 Jahre. Versuchen wir es mit 4. Okay, 4 Jahre, sehr gut. 6,9 Millionen. Ähm, schauen wir mal, ob wir es auf 10 hochkriegen vielleicht. Hm, versuchen wir es noch mal. Diesmal mit 8,5. Okay, sie sind anscheinend hartnäckig. Ja, sorry, Leute, das ist, äh, ich meine, klar, 6,9 ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Vorher waren es ja 2, irgendwas, das ist ja überhaupt nichts. Aber, okay, 7,5 Millionen. Ähm, das ist okay. Ich verstehe das nie. Dieser Einstiegsbonus geht ja logischerweise. Ich meine, gucken wir jetzt noch mal nach. Vom Transferbudget runter. Und das tut ja nicht wirklich weh. Und nach 5 Toren nochmal. Also, das ist ja voll in Ordnung. Er verdient ja jetzt fast die Hälfte von dem, was er vorher verdient hat. Und da gesehen, alles gut. Äh, letzte Runde der Scouting-Updates, oder? Oder, ne, war erst der zweite Monat. Gut. Ui. Aber da ist jetzt nichts dabei, was einen total umhaut. Das schon eher. Wird mal ran geschafft. Archie Cooper. Und jetzt haben wir ja noch Jungs aus China. und da ist ja, noch nichts Überragendes dabei. Du warst der krasse Typ, ne? Ja, genau. Gut. Und generell jugendmäßig kann man ja auch nochmal reinschauen, was hier gerade so abgeht. Und ja, auf den kann man sich freuen. Ach, der Björn Mayer. So. Ansonsten Das weiß ich nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Aber möchte ich doch mal ein bisschen genauere Perspektiven haben. Und ansonsten ist jetzt angesagt Mappen. SV Mappen. Mh. Ihr seid so nervig. Gut. Abdullai Dabo. Oh ja. Das sieht echt gut aus. Aber der ist halt noch nicht wirklich gut. Wird er natürlich noch. Aber, ne. Ihr wisst, was ich meine. Generell könnte man auch mal in der Transferzentrale ein bisschen aufräumen. Ja. Ich glaube, du kannst raus. Rechts wäre eine Verstärkung tatsächlich noch ganz schön. Jonathan Niko. Könnte man sich mal überlegen. Ja. Und du kannst auch weg. Du bleibst mal. Ne. Du kannst auch weg. Im Prinzip interessieren uns nur die beiden hier. Ja. Kann man auch im rechten Mittelfeld einsetzen. Mhm. Warum ist der so schlecht? Weil er nur rennen kann, oder was? Fernschüsse. Abschluss ist doch eigentlich auch ganz vernünftig. Die Flanken sind halt madig. Die Flanken sind wirklich schlecht. Aber ansonsten. Was macht die Ausdauer? Wenn die auch gut ist, könnte man sich das nämlich echt überlegen. Hm. 62. Aber ist halt sehr variabel einsetzbar vorne. Ähm. Und obendrauf noch kostenlos. Hm. Also ein solider Zweitligaspieler ist das auf jeden Fall. Ich glaube, um den kann man sich mal bemühen. Machen wir mal ein bisschen Transfergedöns. Ja, ja. Die Stammplatzgarantie. Was haben wir denn hier noch so? Ähm. Das reicht dir wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Ja, ist ja auch klar, wenn du 69 hast und im quasi besten Fußballeralter kommst. Ja, komm, also mindestens zwei Jahre. Gut. Ist okay. Du verdienst gerade 4000. Das heißt, wie wär's jetzt mit 5000. Haha, ich bin bei Gottes Willen. Das ist die falsche Stelle. Hier, so. Und ein Einstiegsbonus von 10.000. Hast du Bock? Gut. Hätten wir das auch geklärt. Eine Verstärkung mehr. Mehr. dann kann's jetzt losgehen mit dem Heimspiel gegen Meppen. Puh. Ein bisschen die Saisonplanung vorantreiben, ha? So. Das ist schön. Wir haben wieder die volle Kapelle am Start. Lackerset darf mal mit. Der gefällt, der macht einfach einen besseren Eindruck als Moll. Finde ich, wenn er spielt. Hm. Tatsächlich Kaferro hat 70, dachte er 71, seltsam. Wohnmann ist gerade super in Form, Belkarier macht seine Sache eigentlich auch ganz gut. Vielleicht könnte man das aber auch so regeln. Weil Rahman ist ja auch ein Innenverteidiger, also kann da zumindest auch spielen und er ist ein bisschen höher veranlagt, sagen wir es mal so. Upsi. Zumal seine Arbeitsrate defensiv hoch ist und davon bin ich immer ein Fan. Ansonsten Sorry Karger, das ist mir gerade einfach nicht genug, was du da abreißt und ja ansonsten ich glaube ich nehme noch jemanden für den Flügel mit. Bleibt eigentlich nur noch Kuss zu für Paul. Auf geht's. Los geht's, los geht's. Ja, ja, Tom erliert. Auf geht's. Beste Heimbinanz, ja, ja, das sagen sie immer. Ja, müssen wir jetzt auch unter Beweis stellen. Aha. Es geht nicht gut los. Ein bisschen verstolpert von Grimaldi. Aber Cafaro hat Bock. Es ist schon jetzt beruhigender. Siebeneinhalb Millionen, damit kann man auf jeden Fall dann sich schon ausreichend um Ersatz kümmern. Aber die eine alte Freigabesumme da, das ist ja ein Witz gewesen. für jemanden wie Cafaro auch. So ein Wow, das muss er pfeifen. Ja, ja. Und vielleicht, weil er sonst an den Ball gekommen wäre, es gibt Geld. Naja, hm, hm, hm. Kann man verstehen. Huch, wieso schießt Cafaro? Das ist wirklich der beste Elfmeterschütze, den wir haben. Oh, ja. Das ist eher erbärmlich. Bis jetzt hat Grimaldi die nämlich immer gemacht. Nein! Naja, irgendwann muss auch mal einer gehalten werden. Aber Cafaro gibt sich damit nicht zufrieden. Boah! Und wieder Domaschke. Okay. War auch nicht so gut geschossen, Elfmeter. Ein bisschen meine Schuld. Elliot! Lell! Hä? Haha. Herrstein hat einfach irgendwie noch dran gekommen und hat ihn tödlich abgefälscht. Von wegen abgefälscht. Reingewuchtet trifft es eher. Hüah! Bam! Alter! Jo, kann man mal so machen. Zweites Tor nach seinem Freistoß-Tor. Wieder ein Tor nach Standard und wieder ein relativ spektakuläres. Sehr schön. Beruhigend. Früher Führung. Haben uns jetzt auch gar nicht angeguckt, wo... Ach, Kacke. Wo Meppen in der Tabelle steht. Hüah! Foul. Ja. Hab ich befürchtet. Lex schiebt sich da vorbei. Gut, Salah. Huh! Al-Rachmann. Huh! Ganz unten. Da sind ich Salah. Sehr, sehr schön. Und Lex. Und Grimaldi. Optimistisch. Schade. Sehr schade. Das war schon gut von Lex. die Idee. Ausführung war halt leider ein bisschen Käse. Hatte Banco eigentlich schon mal den Ball? Ich glaube nicht. Jetzt hat er ihn mal. Jetzt hat er... Okay. Grimaldi hat absolut keinen Bock, ihn anzuspielen. Äh, Salah. Okay. Die haben tatsächlich auch ziemlich viel Glück heute. Bis jetzt zumindest. Uh, Elliot. setzt nach. Schade. Hm. Hm. Da muss Weber jetzt rausrücken. Ein Rachman passt auf. Schön ins Stripling gehen hinten, das macht man so. Ja. Und das ist dann die Konsequenz, ne? Uh. Carfaro, Carfaro, Carfaro. Oh. Ey, der Typ, gell? Carfaro. Oh. Schade. Schöner Angriff. Oh, gut. Ging sogar relativ knapp, äh, relativ weit vorbei. Aber super gespielt. Elliot ist noch, äh, ein bisschen im Halbschlaf, dafür ist Carfaro zum Glück wach. Guter Pass, so gehen wir mal die, 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 die. Carfaro hat bestimmt ne gute Idee. Holla. Kann aber im Ballbesitz bleiben. Salam, eins gegen eins. Gut. Und da oben ist schade, aber Banku, Banku. Braucht nicht schnell genug an den Ball. So, das sind gute. Nächster Versuch. Schöne Flanke auf Lex. Gewinnt das Kopfballduell, aber nicht. Ah, es braucht Ewigkeiten. So, ein Doppelpass, super. Die Maldi braucht auch leider ziemlich lang. Wenn er den Ball hat, ist er ziemlich tödlich, aber bis dahin ist es eher, mh, der Vollsalam, super. Und, ah, verdammt. Oh nein, das kostet jetzt auch viel Ausdauer, mit Kaffaro da jetzt gerade zu müssen, aber, hm, wenn du es nicht machst, machst du es dem Gegner halt ziemlich einfach. Uh, uh, schade. Das gefällt mir hier gerade nicht. Ja, jetzt vielleicht Lex. Oh, Salah. Gut. Oh, dieser Kaffaro. Hä, wie geht das denn bitte? Durch mich durchgeklärt, oder was? Sah seltsam aus. Meppen kann das leider gerade ganz gut wegspielen. So, jetzt Banku mal. Simpler Doppelpass. Simple Finte und leh. Da will er mit dem Kopf hin. Das verstehe ich überhaupt nicht. Boah, Weber. die Annahme. Unsere Stürmer sind technisch echt ein bisschen, äh, betadet. Uh, das ist ja furchtbar heute. Banku. Zieht Komenda ein bisschen weg. Ja, das muss er pfeifen. Schon Nachspielzeit tatsächlich. Wow. Das geht schnell. Ja, aber ruhig in Richtung unserer Stürmer. Die sind nämlich groß. Da ist Cafaro. An dem Tag, wo Cafaro aufhört, äh, haben wir es geschafft. Ach, was? Ein Kopfballtor macht, haben wir es geschafft. Es aufhört. Ja, wenn er nicht mehr spielt, dann ist gut. Der ist nämlich ganz furchtbar. Hüah! So viel zum Thema Angriffsfußball von Meppen. Ja, die halten wir schon, also die spielen wir ganz gut an die Wand. Null Schüsse. Krass. Kann hoffentlich so weitergehen. Beziehungsweise wird hoffentlich so weitergehen. So weitergehen kann das auf jeden Fall. Hätte ich nichts dagegen. Wir machen das hier schon sehr dominant. Lex. Super Ball von Grimaldi. Endlich mal. Das kann er nämlich auch. Bang! Oh! Ich hätte ihn annehmen sollen. Boah, ja, er macht es halt auch auf die schwierigste Art und Weise. Und auch noch mit dem schwachen Fuß, dafür war es saustark. Aber halt auch leider kein Tor. Kavaro! Oh ja, Elliot. so knapp. So knapp. Wisst ihr, was typisch wäre? Ein random Ausgleich. Aber gut, ich will es dir nicht beschreien. ich glaube, den beiden Stürmern, vor allem Elliot heute müssen wir den Ball halt wirklich perfekt servieren, dass er ihn einfach nur noch einschieben muss. So Gommes mäßig, weil selbst zum Spiel wirklich was beitragen. Heute eher nicht so. Das hat er mal gut gemacht. Schön breit machen das Spiel. Ja, nein. Aber er holt sich zum Glück den Ball. Und den passt später super. So blank. Kuh bleibt am Ball. Wohin jetzt? Nicht ins Aus, bitte. Gut. So viel dazu. Guter Peiz. Da hat dieser Kaffaro. Ja, irgendwie habe ich das falsch gesehen. Das war ein bisschen doof. Kaffaro macht dem Passweg gut zu. Kann uns ein bisschen Zeit rausholen. Oh Gott, der arme Junge. Der arme Junge. Und er macht es halt trotzdem. So. stark. Nein. Elliot. Komm geradezu durch mit ihren Pässen. Wenn wir da mal einen abfahren können, dann wird es brandgefährlich für Meppen. Hallo. Ständiges rausrücken, das ist nicht gerade gut verteidigt von mir. Wow. Erstmal ein Attentat mit dem Pass. Bangku. Gut. Ich glaube, Kaffaro braucht eine Pause. So ist es. so sieht es jetzt nämlich mal aus. Nicht kreativer Typ. Ja, die Stürmer haben natürlich noch volle Ausdauer, wovon auch, also, wir haben ja überhaupt nichts gemacht, gefühlt. Das ist ja generell ein relativ stürmer-schonendes System, was wir haben, was eigentlich ganz gut ist. die Lücke ist so groß und er spielt ihn wirklich perfekt zum Gegner. Dass er die Dinger kann, wissen wir. Sonst hätte er auch nicht so viele Vorlagen. Hätte die meisten Vorlagen von uns den Jungs. Okay. Geht all the way back. Müssen wir ein bisschen aufpassen, Kranatowski, es gibt mal eine Ecke für Meppen. So. Wohnmann kriegt die nicht raus. Huch. Die Karga hat keinen Bock da dran zu gehen. Okay, Maldi passt auf. Kann sich aber leider nicht durchsetzen. La Cassette. Manzala. Kussu. So. Unsere hoffentlich würdige Vertretung für Cafaro. Oh. Schön gedacht. Hat aber leider nicht geklappt. Gut. Versuchen wir einfach mal was. Schade. Kein Fernschuss-Guy, der Bangu. oder hat den einfach furchtbar getroffen. Kann ja auch sein. So oft habe ich es nämlich noch nicht versucht mit Bangu aus der Distanz. Weil er generell hoch... Ja. Die Pässe sind einfach nicht gut genug. Oder zu vorhersehbar. Kommt, das wäre wichtig. Weiterspüren. Gut. Grimaldi, jetzt musst du da eigentlich auch weitergehen. Na gut. Das ist jetzt zu spät. Jetzt ist das Tempo draußen. Jetzt müssen wir schauen, was wir tun. Meppen steht nämlich richtig, richtig übertrieben tief. Und Karga zieht. Ich würde euch gerne zeigen, wie ich gerade den linken Stick halte. der zeigt nämlich in die lange Ecke nach links unten. Und dafür war es gar nicht mal so gut. Ja, relativer Krebs tatsächlich. Elfmeter verschossen, spielerisch haushoch überlegen, aber offensiv nichts krissen. Und das zählt wahrscheinlich als Torschuss. Also hat Meppen mir jetzt auch einen Torschuss. Puh. Da ist Kussu. Das macht er super. Und kriegen mal die... Jetzt war das mal eine gute Flanke und das reicht trotzdem nicht. Jetzt bloß kein Gegentor mehr fressen. Okay. Kommt schon Lacazette. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Fehlt mir da gerade schon fast besser als Peitz. Aber auch Lacazette ist ja nächste Saison nicht mehr da. Das ist wahrscheinlich rein spielerisch das schwächste Spiel von Elliot. Oder mit das schwächste. Kragert. Nein! Das Abspiel ist zu spät. Gott! Das ist ein furchtbar, das Spiel. Irgendwie gewonnen, aber offensiv haben wir es dankbar gestaltet für Mappen. Da waren jetzt wenig Sachen dabei, wo man sagt, wow, okay, richtig gut gespielt. Paar Aktionen, aber naja, muss ja auch mal sein. Ne, tatsächlich null Schüsse und 56% Ballbesitz. Naja, also 33% Schussgenauigkeit. Puh. Naja, Hauptsache irgendwie die Punkte geholt. Ich glaube Mappen ist auch gar nicht mal so weit oben. 18. Okay. Dafür ist es gar nicht so schlecht. Wir hatten 73 Tore. Jesus. Und was wir auch haben, 8 Punkte Vorsprung. Es wird allmählich wieder. Das ist echt super. jetzt wieder seit 4 Spielen ungeschlagen. Das tut sehr gut. Und als nächstes geht es gegen Braunschweig und dann kommen tatsächlich nur noch 4 Spiele im April und noch mal 3 im Mai. Also nur noch 8 Spiele, Leute. Puh. Krass. Das geht richtig fix rum. Mal schauen, ob wir das noch dieses Jahr hinkriegen. Sollten wir eigentlich, oder? Ja, sollten wir auf jeden Fall noch. Ich nehme ja immer ein bisschen im Voraus auf, weil da ja auch ein bisschen Konfusion herrschte. Jetzt, also ich stelle das auch immer ein, das gibt es ja bei YouTube, die Option, dass man quasi sagen kann, Aufnahmedatum, der und der Tag. Ich habe aber keine Ahnung, ob ihr das einsehen könnt. also von da gesehen, also diese Folge jetzt gerade kommt wahrscheinlich am Montag raus. Montag im Sinne von wie hier funktioniere mal bitte. Also heute ist auf jeden Fall Freitag der siebte und dann kommt es am Montag dem zehnten raus. Das heißt, es ist immer ein paar Tage Unterschied und ich kann dann eure Vorschläge, die ihr in den Kommentaren macht, wie zum Beispiel das 343 logischerweise dann erst ein paar Tage später versetzt machen. dann seht ihr das Ergebnis versetzt. Also nur mal so viel dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das einsehen könnt, das Aufnahmedatum, aber ist ja auch egal. Ich bedanke mich jedenfalls, ich kriege diesen Satz nie richtig raus, gell? Ich drücke hiermit meinen Dank aus für ihr Zuschauen und freue mich schon auf die nächste Folge. Auf Wiederschauen! Ich bin ein Vielen Dank.